hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge ab zusammen mit baluja und mit katze viele sind das ja das dauert alles ein bisschen länger ja das ist ja nicht stimme ich brauche einfach 200 oder so dann reicht das weiß ja nicht wie viel katze überhaupt zehn stück bringt jetzt zehn stück ich hoffe das reicht dir für das nein 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 muss zu verschnelleren so viel dinge mitgebracht was hast du gesagt hörst du was bei louis kannst du was hören ihr seid doof ich höre dich für immer was habe ich gerade schaden genommen wenn wir das wüssten niemand weiß das eigentlich warum schießt du jetzt durch die gegend auch weiß niemand da ich hab dir das hingelegt danke sieht schon gut aus dass eine treppe nein ist eine foundation was tust du nix warum du hast mich eingebaut ja nicht schlimm mir ist weg für immer kannst du nicht so einfach raus da ist ein loch in deiner foundation ich habe aber leider nicht genug mehr um es zu reparieren seine eigene schuld ich bin gerade dabei eine masse herzustellen und die dauert auch nicht so lang und nächstes mal kletter nie meine baustelle ich dachte schon willst da hin nein wo wirst du dann hin da nirgends wohin lass mich hier böse 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 miri warum nur so und räum der kacke hier weg das ist die kacke von phoenix warte mal warte mal warte mal füllen hat er doch so genannt sogar aber nein wir haben gehört dann nein nein erinnere mich da war was miri nervt nicht das ist flugdodo ja ich bring ihn nach hause ich glaube irgendwie nicht müssen wir gerne wo nein ist der habe ich verlegt ja ich weiß auch nicht wo der ist der ist aber so klein der ist so klein was bei den anderen dinos hier der fällt halt nicht auf zwischen den ganzen dinos das ist ganz schön gemeint von dir ja entspricht der wahrheit können wir mir ein greifen zähm ich bin gerade am überlegen dass wir ein zähm und such gerade das kippel dafür auch also ohne witzig stehe schon an der kippelstation finde ich gut mit zähm neue flug dinos und ein agi brach kam miri auch noch nicht wahr alles braucht mir also jetzt werden wir nicht unhöflich einzig was mir gerade auffällt ist dass wir das gerade nicht in der kippelstation zu bereiten können warum weiß es nicht müsste theoretisch kraftbar sein aus wir waren eiern golden hesperus ex rock drag ex oder uteranosaurus uteranosaurus muss doch funktionieren wo drin baust du gerade die foundation in den s plus tabeln da links aufgestellt sind tausende deswegen geht es so schnell es gibt kein uteranosaurus bei uns also es gibt kein aber wir hatten doch ein greif kippel oder nicht da hat sich das geändert das kippel mittlerweile wie kacke das aus dem tischen hier und wir können es immer noch mit hammelfleisch theoretisch machen ach warte quatsch agi willst du ne nein ein greifen hat sie gesagt was hast du denn jetzt gesagt agi oder greifen erst mal ein greif weil man von dem rücken runterschießen kann ja gut dann brauchen wir kein hammelfleisch das ist nicht das problem ja davon haben wir müssen den suchen dafür brauche ich den anderen greifen hammelfleisch greif knockout arrow sollten wir vielleicht wenn wir sowieso den tranquilizer dart haben lass mich kurz appetizer herstellen vielleicht finden wir einen den special farben die es momentan gibt ich weiß nicht ob es die einen special farben geben wird mag es zu bezweifeln ein traurige geschichte eine traurige geschichte wieso hat das darf die rakieter ich wollte irgendwann den geld bringt wenn du fragst dass ich sage dassault im inventar hat habe ihn gezerstört dein gag suchen würde mir immer einen dodo auch machen du brauchst noch mehr dudus ich weiß gar nicht mehr wo das war wusste gab die greifen haben wir keins mehr wirst du jetzt nicht wo und wir fliegen sowieso an schafen vorbei auf dem weg wenn man hat sich nach aktuellen verlaufen kann mit fleisch für jahre eigentlich nicht aber genug für jetzt so dann let's go ok lezigo lezigo ist weit noch ja schon stück noch gar nicht mehr als müde ausgesprochen habe zahnschmerzen ist nicht so schön fährt noch mehr einmal fußschmerzen meine laden linker linker nasenflügel juckt das ist doch der linke nasenflügel da ist der krieger hier ist level weil ich habe ihn nur gesehen und ich habe ja sehr augen verloren da seid ihr 215 guter güter der darf leben ja den können wir später vielleicht irgendwann dann kriegen wir nicht so schnell wenn er der bis zur nächsten session bleibt nach 24 stunden ist er weg hier ist auch herbst im wald der mir so einen coolen paraden flug und sich mit deinem ding da was versuchst du auf dem katze doch nichts aufzuhämen generiere ausdauer mitten auf dem gefälligsten gebiet wo du sagst bloß landen werde ich auf einem griffin sitze mit einer flinte die alles worden hättet einfach geradeaus wird schon richtig sein ja wir müssen in den canyon da vorne und die drachenschlucht miri da sind die greifen ok fliegt schon mal vor ja das gute 1 dran das ist ziemlich unfair dass ich den langsamsten dino habe seitdem die noch ist dann unterwegs aber ich bin ich sehe katze nein wo seid ihr denn du bist zweit vor uns der katze den speed flug mich macht dann ungefähr gleich schnell am schnellsten ist sowieso flug dodo hoch was waren die drei da ja ein bisschen spaß kleine party truppe lauter agis hier unten oder schwarz weiß ist cool 14 224 sehr interessant aus wäre der einzige immer wird man hier ein cooles weiße agi bringt dich um so schnell töten man eine agi nicht er war cool richtige zeitpunkt gewählt bevor uns haben wir noch ein 154 er 57 er hat auch eine coole farbe die mit der coolen farbe sind diejenigen die ich als erstes töte das ist meine feldfarbe nicht so cool ist du bist auch kein dlc oder feiertag sie werden ich bin ja fucking katze aber kein feiertag sie wendet in immer zum feiern da also ich bin nur zu feiern also viele leute feiern nicht sagen so mal so mal hinsicht auf dem richtigen gebiet ich mache jetzt einmal gerade kurz pause damit wir gleich daruntergestürzen können und uns in greifen suchen der möglichst hochlevelig ist damit in den kurz machen können das ist ein spiel zwei spinos einer ist level wir nehmen müssen 124 166 bei mir in der luft also er steht in der luft und fliegt nicht weiblicher die bloße ich stehe in der luft bei mir standest du dahinten in der luft aber das noch ein spiel ich möchte ein haben der sein schön grüner spiele sorgen sind auch cool wir können gerne hier ist noch ein spiel hier möchte ich wohnen da hinten ist gerade irgendwie da sind zwei weitere spinos vor uns 91 83 hätte ich jetzt irgendwann 249 gesehen oder so hätte ich ihn plattgemacht und was andere ist auch einer wir sind allgemein tanzt oder er tötet was ich glaube er tanzt jomi war kein greif unterwegs da ist noch ein weiterer hinter dem noch ein den wir noch hatten da vorne müsste der kreis wie viele davon sind hier denn überhaupt hier sind aber es kann sein dass sie einfach alle in einem spawn punkt sind sozusagen dass hier der einzige ist doch gar nicht aggressiv bisher töten sie mich nicht jetzt gibt es andere futter dass man besser bekommt als sich wahrscheinlich weiß auch gar nicht wo ihr hin seid ja das ist das problem wenn man sich schreibt das mal sind da felsen ich sitze auf dem felsen im fluss das sitzt bei mir ich bin gerade richtung 40 35 unterwegs 40 34 unterwegs auf dem gps das gps aus da ist ein schwarzer guck mal wie cool der ist wir sind wirklich sehr coole farben ganz oder der ist auch cool der rote hier die haben alle unterschiedliche farben wie viele sind das denn bitte aber kein einziger greif der greif ist ja auch erst hier vorne bei mir das level fuck jetzt habe ich mich schon gefreut weil dann level 2 49er dodo ist das level 33 wir sind noch drei felder fährt entfernt da ist ein agentar bis mit den spezialfarben ach nee war nur ein gag der war einfach am verbluten ich dachte wirklich so der berot mit spezialfarbe sie dann so ne die drei radtoren warum riesen dodo jetzt doch nicht hübsch siehst du das wo bist du denn kommt doch mal hier oben hier neben mir da wo ich bin direkt daneben ich weiß nicht wo ich bin stoppt das ist die richtige ebene jetzt entlang ich könnte ihn warum ist es ein großer warum ist es ein ein großer dodo bist du bist du traumatisiert bei lui ja von dem aussehen von dem ding ich bin mir immer noch fast hier hat ein farmerama gefunden lange krallen so ein bisschen derby aus ja ja das ist wie gesagt das kann du das ist ein dodo aber groß auch hier oben geht es ab zu dodos ist das ding sogar einigermaßen nützlich da wo ich gerade bin es auch noch eins na gut aber ich glaube das war es mit meiner folge das ist auch sehr gut sein ich habe ein problem problem anscheinend weiß nicht was der hat naja wenn ihr wissen wollt wie es weitergeht dann guckt morgen bei katze vorbei gestern kam eine schöne folge ok wir müssen die folge jetzt beenden ich muss bei lui anscheinend retten macht es gut bis zum nächsten mal und tschüss